Hashtag immer weiter, ich bin Yannick Freestyle und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Freunde, heute ist es wieder soweit, ich habe ein neues Selbstexperiment für euch geplant. Nämlich werde ich heute probieren, so viele Around the World wie möglich in einer Minute zu schaffen. Ich zeige euch mal kurz, was ein Around the World ist. Ganz easy, wir gehen einmal um den Ball. Davon werde ich jetzt probieren, so viele wie möglich in einer Minute zu machen. Ganz wichtig, mir darf der Ball nicht runterfallen. Wenn der Ball mir auf den Boden fällt, dann muss ich von neu anfangen. Freunde, stoppt kurz das Video, schreibt jetzt in die Kommentare, was meint ihr? Wie viele Around the World schaffe ich? Ich bin gespannt und ich würde sagen, let's go. Also Freunde, wie ihr gerade sehen könnt, bin ich hier gerade mit Sydney und Asja unterwegs. Sydney, was war ich? Erstmal stabil überrückt. Was meinst du? Wie viele Around the World schaffe ich in einer Minute? Yannick, ich kann nicht jetzt schon so lange, ich glaube, du schaffst mindestens 30. 30, okay. Und Asja, was meinst du? Ja, ich kann nur sagen 20. 20? 20 und 30 in einer Minute. Freunde, ich würde mal sagen, krieg ich hin, krieg ich hin. Let's go. 2020. finely喻 500t. Ja. Va. Finale. Na. Vier. efficient. jung. Freunde, ich bin natürlich so ein Fischkopf, voll vergesst die Zeit zu stoppen, aber ich stopp. Asja, du meinst, es war eine Minute, oder? Ja. Okay, Freunde, also eine Minute, hast du mitgekriegt, wie waren es ungefähr? Aber ein paar habe ich mitgekriegt, aber da kann ich nicht mehr zählen. Freunde, ich bin so ein Fisch, oh Mann ey, ich habe es gerade erst gesehen, das waren 47 Sekunden und keine Minute, natürlich haben wir komplett vergessen, die Zeit zu stoppen, naja, ich würde sagen, trotzdem eine ganz gute Leistung für die 47 Sekunden, toppt das erstmal, Freunde. Schon viele. Ja, mindestens 40, 50 Stück. Und Freunde, ganz wichtig, das war jetzt First Strike, ich habe gedacht, komm, ich filme es jetzt einfach mal ab, probiere es mal aus, Selbstexperiment natürlich auch für mich, schreibt auf jeden Fall jetzt mal in die Kommentare, wenn ihr genau mitgezählt habt. Und ja, Freunde, ich fordere euch jetzt natürlich mit dem Video hier raus, ja, schnappt euch mal einen Ball und probiert es auch mal aus, so viele Around-Words wie möglich in einer Minute zu schaffen. Machst du mein Zustand, Nenni, wie viele wird es schaffen? Boah, ich persönlich als Fußballer, ich würde mindestens 10 schaffen. Komm, probieren wir mal ein bisschen aus, bisschen. Mal schauen, wie so ein Fußballer da vorgehen würde, Freunde, das interessiert mich hier natürlich. Ja, der Ball ist so. Ja. Ja. Sehr gut. Geht natürlich auch darum, Freunde, man darf es nicht überschätzen, man darf nicht zu viele machen, weil der Ball darf natürlich nicht mit davon. Oh, 3 ist schon auf der Liste, let's go, Jüge. Come on. Ja, Mann. 4, let's go. 5, komm, 8, 10, machst du mal? Nice. Ich zeige euch doch schon mal wenigstens 5. Also, Freunde, ja, wir oder ich, wir fordern euch jetzt heraus, ja, schnappt euch den Ball zu Hause, probiert es auch mal aus, in einer Minute, so viele Round-Words wie möglich, ja. Ich heiße auf Instagram, yannik-fs, wird jetzt irgendwo eingeblendet, schickt mir eure Clips zu, ja, ich bin gespannt, ob ihr meinen Rekord knackt, okay. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, wenn euch sowas gefallen hat, ja, wenn euch so Selbstexperimente gefallen. Ansonsten würde ich sagen, Hashtag immer weiter, ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.